Ja, also ich finde es absolut, der Schlüsselpunkt ist einfach nochmal dieses interne Verständnis von dem eigenen Team oder den eigenen Arbeitsprozessen, weil die Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, die funktionieren halt natürlich nur, wenn ich ungefähr verstehe sozusagen, wo überhaupt Synergien stattfinden könnten oder wo eine Kooperation wichtig wäre innerhalb des Teams oder innerhalb einer Abteilung, wo es vielleicht mehr Gruppen sind, die jetzt nicht konkret zusammenarbeiten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist wahrscheinlich das schon die größte Herausforderung, tatsächlich auf der Ebene zu wissen, naja, für welche Person ist tatsächlich dieser Infoblock sozusagen wichtig und bedeutet das, dass ich dann die zwei Personen links und rechts, die zusammenholen muss, weil die Arbeit, die die gerade machen, führt dann zu einem neuen Projekt vielleicht. Und das ist, finde ich, wenn man das zusammennimmt mit, was soll denn überhaupt das Ziel sein, weil ich glaube, damit deckt man schon sehr viel ab, wenn ich weiß, ich möchte eigentlich nur den Status abfragen, okay, dann brauche ich keine Besprechung. Oder ich möchte brainstormen für ein neues Konzept, okay, dann kann es Sinn machen, das alle zusammenzuholen und so weiter und so fort. Kann man sich ja noch viele Dinge überlegen. Und das Zweite ist dann, wie und woran arbeitet mein Team oder meine Abteilung gerade? Und ist es dann wieder, wie du es auch oft sagst, ist dann dieser Benefit tatsächlich gegeben für diese Menschen, dass sie die eine Stunde oder, ja, eine Stunde, wissen wir alle, dass das sehr schnell dann in eineinhalb oder zwei Stunden enden kann, eben aufgrund der Dinge, die sich dann so etwas verlaufen in der Planung. Aber, dass man dem Menschen etwas aus dem Kalender reißt, ohne dass man tatsächlich, wenn man sehr grob sagen möchte, mitgedacht hat, was denn für die überhaupt relevant wäre in ihrer Arbeit. Ja, das war's, was denn? Ja. 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 Ja.